Hallo und herzlich Willkommen wieder einmal zu CSGO Heighted Seek mit dem Merlin. Hallo, schau, nachdem der letzte Part so ultra gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, machen wir doch nochmal einen, denn es ist wieder ein neues Seek Map rausgekommen. Ja klar, ja klar. Das ist die zweite, die es erst gibt überhaupt, ne? Das Seek House war ja das erste, was es überhaupt so in dem Stil gibt. Das kann sein, ja. Aber es ist nicht von dem gleichen Typen, ne? Ne, ne, ich glaube nicht, das ist von einem anderen. Seht ihr alles in der Beschreibung und kann man sich auch alles beim Workshop, beim Dampfarbeitsgeschäft alles holen. Und hier öffnet sich langsam die Tür, das heißt, man kann immer so ein bisschen durchschielen. Ja, man kann ein bisschen Linsensuppe. So wie in Südamerika schielen. Charlie durchschielen. Ja, das ist schon ein bisschen zu weit hergeholt. Ich war beim Augenarzt, ich habe eine südamerikanische Augenkrankheit, die ich schiele. Oh, ne, komm. Ja, also, ich hoffe, der Part gefällt euch auch. Und die Seek House-Map wurde auch ein bisschen geupdatet, ein bisschen ordentlich. Also, wenn ihr die auch nochmal sehen wollt, dann könnt ihr das auch nochmal gerne in die Beschreibung schreiben. Seek House 2. Äh, in die Kommentare. Schon wieder Beschreibung, ich habe irgendwo auch schon mal Beschreibung gesagt. In die Beschreibung schreiben, ja, das wird schwierig für euch. Aber nein, die Seek House-Map 2016, die wurde auch geupdatet. Der Tier hat jetzt mehr Leben und es gibt ein paar neue Verstecker. Aber wir wollten das nicht mehr updaten. Und jetzt ist der Manager schon draußen, oder wie ist das, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ja, dann frohes Suchen. Wir haben auch Rauchgranaten tatsächlich. Also, Rauchbomben, Rauchgranaten, ja, Bomben, Bomben, Granaten. Nein, Bomben nicht. Granaten. Was ist denn hier? Das sind alles Bomben. Was ist denn hier? Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Wie kam ich denn jetzt auf Rauchbomben? Ich weiß es gar nicht. Schade. Lampenöl, Seile, Bomben. Lampenöl, Seile, Bomben. Und darüber bestimmt, ja. CSGO haben wir beide seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber für solche lustigen Maps spielen wir es dann doch so schon. Ja, weil wir lustig sind. Und wir haben wieder mit zwei Sichten, wenn wir das wieder auf die Reihe bekommen haben. Ja. Das macht ja auch Sinn eigentlich. Ja, doch, bei der Map gerade schon, weil... Das ist richtig toll. Das ist ein Insider, den keiner versteht. Ja. Aber du kannst ja einblenden. Oh nein, das ist so doof. So ein Schmarrn. Das ist ein richtiger Schmarrn. So ein Scheiß, ehrlich. So ein Scheiß, ehrlich. So ein Scheiß, ehrlich. Warte mal, hier. Ich kollabiere gleich. Ich kollabiere gleich. Hm, ja, das ist tatsächlich eine Sache. Wir kennen die Verstöger selbst alle noch nicht, aber ich glaube... Ja, du schon. Du kennst dich ja besser hier. Ja, geht so. Halt die Aufwärmphase von eben. Die Abkühlphase. Die Abkühlphase, ja, ja. Das soll es echt mal geben. Ja, bitte Strawpoll-Umfrage. Das ist eine Abkühl-Umfrage. Abkühlphase gibt die. Ist toll. Weil man muss es dann nachher wieder abkühlen. Ist ja ein Urteil. Da muss man erst mal warten, bis man dann die nächste Runde spielen kann. So richtig der Schmarrn. Oh, nee. Aber so, ah, Mist, ich will noch weiterspielen. Und dann noch so 10 Minuten Abkühlphase. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das war mal Zufall. Ich hätte fast nicht gesehen, Alter. Oh, der Tresorraum geht so. Tresor. Der Tresorraum. Kann es sein, dass der Mikrofon wieder auf 100% ist? Ja. Ah. Nee, aber auf 60. Könnte sein. Aber ist ja egal. Ist ja deine Folge. So, jetzt wechseln wir. Wir kennen es, das Spiel. Ja. Und, äh, ja gut, wenn es wieder so schnell geht, dann machen wir zwei Runden. Lol. So, hier, ich habe bei 999 Leben und hier sieht man schon die Tür. Sie möchte langsam. Nein. Fuck. Na, ich will. Nein, doch. Nein, doch. Nein, doch. Ich kollabiere gleich. Ich kollabiere gleich. Kann ich mal Peter Schmidt sprechen? Alter. Du wirst dringend was miteinander besprechen. Ja, echt. Äh. Ah, fuck. Ja, gut. Ich kollabiere gleich. Ja, man kann aber echt erst ab 9 Minuten raus. Hat echt keinen Zweck. Und hier gibt es gar keine Credits. Das ist ein bisschen schade. Ah, fuck it. Ha. Habe mir erst mal wehgetan. Oh. Nein. Ja, das ist sehr gut. Du bist eh kaltblütig ermessert. Nee, das stimmt nicht. Ja, doch. Hier werden wir wahrscheinlich auch wieder die Poké Park Suchmusiken spielen. Richtig super. Die passt ja auch. Ja, natürlich. Die ist Fanny frisch. Die ist Fanny und frisch ist die. So, jetzt möchte ich mal langsam mal hier raus. Alter, ich steck fest. Ich steck fest. Ähm. Ehm, ehm, ehm. So. Wunderbar. So, bist du hier langgegangen? Ich gehe in die Wunderbar. Ich gehe auch in die Wunderbar, ja. Wo ist klein Merlin? Ja, sag ich dir nicht. Hier ist alles durchsichtig ein bisschen. Das ist richtig dämlich. Durchsichtig oder unsichtbar? Nee, durchsichtig tatsächlich. Da kann man... Ich gehe in die Unsichtbar. Alter, jetzt reißt du. Nee, die Barwitze sind die besten. Die Barwitze, ja, toll. Da sind so viele sonderbar, wunderbar. Ja, doch. Hier ist erstmal alles hier. Hier ist ein Wortschatz eigentlich in jedem, fast, jedem zwanzigsten Satz drin. Mhm. Vor allem im Wortschatz im Satz, ja. Das ist gut. Der Wortsatz, ja. Nee. Wortsatz. Alter, hier ist auch ziemlich, ziemlich gut, weil es dunkel ist. Mein Wortschatz. Ja, klar. Ich... Willkommen an... Willkommen an Wort. So ein Code. So, gucken wir mal, wo der Merlin ist. Der ist bestimmt hier. Ja. Hm. Ich weiß, dass du dahinter bist. Ich sehe deinen scheiß Arm, Merlin. Hä? Fußspuren? Hä? Fußspuren? Hä? Fußspuren? Nur wo ist das, ist die Frage. Das ist ein Schmarrn. Oh nein, du bist doch eh hier draußen. Wo bist du denn dann? Hast du irgendwie ein Secret gefunden oder was? Ja, klar. Wie bist du denn da durch die Wand gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Ja, Ende. Felix, don't you want me? Ich... Irgendwie mach's mal. Da bist du. Das ist vom... Wie kommst du da hoch? Das ist von Felix. Don't you want me. Ah! Don't you want me. Don't you want me. Don't you want me. Ah! Ah! Nein! Nein! Was ist das? Was gibt's da denn? Wieso bist du schneller als ich? Ja, ich weiß nicht. Ich bin Mr. T. Ich kollabiere gleich. Ich kollabiere gleich. Gut, dann haben wir noch... Noch eine Runde, ne? Dann bleib ich direkt nochmal bei... Du kannst nochmal suchen, oder? Dann können wir gleich nochmal wechseln. Ja, ja, ja. Oh Mann, wie doof. War das dämlich. Oh Mann, hättest du... Den scheiß Arm, du hättest mich sonst nicht gefunden, wahrscheinlich, ne? Ja, ne, wahrscheinlich erst nicht, ne. Der scheiß Arm, ja, da hättest du dir vorher überlegen müssen. Ja, ich wüsste das ja nicht. Woher soll ich das denn wissen? Ich kollabiere gleich. Ich kollabiere gleich. Achso, ich wüsste auch erst mal die Tür aufmachen. Das war nächstes Versteck, oder? Ah, man muss doch direkt erst die Tür aufmachen. Jetzt hab ich natürlich ein bisschen Zeit verspielt. Schade. Oh, ungespielt. Ja. So ein Code. So ein Garn. Richtiges Garn. Die Folge müsste auch mal kommen, ne? Ne. Ne. Das ist ja für ganz, ganz, ganz spät bestimmt. Also die scheiß Türklänge, die hat gerade geraucht so ein Scheiß, ey. Ne, das stimmt nicht. Doch, das stimmt tatsächlich. Ich kollabiere gleich. Ich kollabiere gleich. Ah, doch. Schmal. So. So ein Garn. Ich müsste irgendwie so um 8.50 Uhr schmuss ich irgendwie raus. Ne. 8.50 Uhr? Ja, weil ich hab ja zu spät die Tür geöffnet. Ich dachte, die geht von alleine auf. Aber nein, man muss die erst doch initial aktivieren. Ja gut, das mach ich auch nicht. Aktivieren, Software. Ich weiß nicht, wer. Don't you want me, don't you want me. Was? Jetzt bin ich jetzt draußen, ja, ja. Wasch. Der Welker hat den ganzen Leisten, was zu spielen. Ich muss erst mal Leisten ankleben. Leisten doch. Ja, das auch. Oh, mir ist die Orange. Don't you want me, don't you want me. Don't you want me. Ich habe eine Nachricht auf meinem Handy. Ein Vorricht. Dieter Ora. Die werde ich jetzt nicht abspielen, die Schwanotäne. Neopreno. Och komm, doch, die kann ich doch mal abspielen. Die kann man zensieren, falls irgendwas Schlimmes ist. Ja, okay. Okay, die spielen wir jetzt ganz deutlich und laut ab. Ja. Ist das wieder ein Lied von ihm? Was? Okay, dann werde ich sehr gut. Er hat einfach nur wieder ein Lied geschickt. Oh Mann. Hier war ich schon. Wo er gesungen hat das. Oh komm, das bringe ich jetzt mal rein. Ja. Wo er gesungen hat so. Er ist lieblich. Leopreno singt für uns. Schmarrn. So, was hat er davon? Wenn er uns solche scheiß Nachrichten so in der Nacht schickt. Ich kollabiere gleich. Ich kollabiere gleich. Hm, komisch. Ich habe irgendwie gedacht, du weißt wieder hier außen. Hahaha. Das ist komisch. Ja, 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 ja. Du hast einen richtigen Clown-Gefühlstück habe ich gehört. Ja, klar. Kannst du auf Facebook klappen, wenn du zum Schwachsinn gehen? Und S-Comics? Und auf die S-Comics gucken, ja. Oh, hier fliegt man raus, oder? Nee. Wo bist du, Merlin? Wo ist das denn raus? Ich glaube, das ist das erste Versteck, wo ich sagen könnte, dass ich eventuell bis zum Ende schaffe. Das wäre das erste Mal. Echt? Von dir vielleicht. Was? Von mir vielleicht. Ja, mach ich ja. Ich habe es einmal oder zweimal geschafft, keine Ahnung. Ja, einmal, glaube ich. Ja, nur einmal. Das war da einmal in der Pflanze, war ich da. Ja, das ist doch richtig. Das ging halt, ne? War das in der Folge? Nee, das war nicht in der Folge. Das war auch so viel zu lang gedauert. Das war witzig. Wo du bist hier. Du hast doch gar nichts kaputtgeschlagen. Tja. Schaach. Don't you want me, don't you want me. Ja, schaach. Ah, 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 ah. Hier kann es auch nicht gewesen sein. Das war ein bisschen Brunnen. Das hat noch keinen Sinn. Und dieser komische... Ist das Fellwasser? Ja. Schwachsinn. Hier bist du auch nicht durch. Das kann überhaupt nicht sein. Das geht doch nicht. Das geht doch noch nicht. Aha. Nein, das geht es doch nicht. Wieso hast du den Scheiß gefunden hier? Ich weiß es nicht. Ich war gerade am Scheißen, Alter. Ja. So sieht es aus. Und dazu. Job dann. Gut. Das wäre es auch, wie wir jetzt auch gewesen sind. Von der supergeilen Map hier. Ich dachte, ich will... Ich dachte, ja, egal. Wundersieg. Ja. Schaach. Egal. Die letzte Folge war auch nicht so extrem lang. Ja. Schaach. Das ist so. Also, wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, einfach... Den Link in der Videobeschreibungfolge. Ach. Du müsstest auch folgen. Also, auf Twitter ist der Videolink. Ja. So, halt. Scheiße. Jetzt haben wir unsere Rauchbomben geworfen. Ich sage mal Rauchbomben. Ich weiß gar nicht, wie hier aufkommen. Ich habe zu viel GTA gespielt, aber es gibt auch keine Rauchbomben. Egal. Ölseilebomben. Weil kann man dann ja auch in die andere Richtung öffnen. Nein, die Richtung öffnen. In die andere Richtung öffnen. Loll, hallo. Ah, nein, ich kriege Damage. Damage. Alter. Gut, das war es dann gewesen hier für diese Folge. Ihr könnt die Map, wie gesagt, abchecken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und... Tschüss. Tschüssi Kuski.